Oh Mann, bitte. Ich muss Glück haben. Jetzt komm schon, Maschine. Ich glaub an dich. Gib mir was Leckeres. Was geht das? Das Glück war auf meiner Seite. Ich möchte auch Glück haben. Ich will was Leckeres, damit Mia neidisch ist. Na komm schon. Hä? Eine Katzenfutter? Das wollte ich sicher nicht haben. Geschieht dir zu Recht, Jennifer? Ich hab's satt. Ich will was Leckeres. Oh Mann, wir haben einen magischen Knopf bekommen. Lass mal draufdrücken. Hä? Was ist denn hier los? Hier sind meine Gäste. Freut mich, euch zu begrüßen. Na, drückt auf den Knopf. Okay, ich nehm den orangefarbenen. Gute Wahl, Jennifer. Du kriegst Nutella von mir. Da hast du ja richtig Glück gehabt. Ich hab einen ganzen Eimer für dich. Er gehört dir. Oh, das riecht ja voll lecker. Das ist Nutella. Den Geschmack werde ich doch sicher erkennen. Bitte sehr. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Oh Mann, den Eimer hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Mh, voll lecker. Mh, okay, wenn die unglückliche Jennifer Glück hatte, dann werd ich doch sicher auch was Leckeres bekommen. Oh, du hast recht, Mia. Du bekommst nämlich Marshmallows. Eine riesige Packung davon. Wow, es regnet Marshmallows. Ich will die mit dem Mund fangen. Mh, geschafft. Voll die coole Idee. Jennifer, ich brauch mal kurz deine Wange. Mia, was machst du denn da? Komm schon, jetzt sei nicht so. Ich wollte doch nur was von deiner Nutella. Wie lecker. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Oh Mann, Mia hat so viele Marshmallows. Vielleicht teilt sie auch mit mir. Mia, gibst du mir auch was von den Marshmallows? Du willst ein paar Marshmallows? Hm, warum nicht? Bitte sehr. Dankeschön, Mia. Hey, was machst du da? Ich hab nicht vor, mit dir zu teilen. Das sind meine Marshmallows. Ich werd die selber essen. Oh Mann, okay. Ich werd sicher noch was Gutes bekommen. Ich sag's dir nun gern, aber statt Marshmallows bekommst du Klopapier. Hä, was ist das denn? Aua, mein Kopf. Vorsicht. Das sind eindeutig keine Marshmallows. Alles klar, das ist Klopapier. Moment mal, die Gelegenheit muss ich doch ausnutzen. Hä, was ist das denn? Klopapier? Mit was ist das denn verschmutzt? Beim nächsten Mal wirst du nicht so gierig sein. Oh nein, womit hast du mich voll geschmiert? Ach, komm schon, Schätzchen, reagier doch nicht so. Drück auf den Knopf. Okay, ich drück auf zwei gleichzeitig. Gute Lösung. Du bekommst Honig und Mehl. Lass uns anfangen. Hä, was ist das denn? Wieso ist das so klebrig? Das ist ja Honig. Boah, wie cool ist das denn? Freut mich, dass es dir gefällt. Und hier kommt der lustige Teil. Oh, wie lecker. Bleib mal kurz stehen. Hä, was ist denn das auf einmal? Das ist ja was Weißes. Was, ist das Schnee? Oh nein, das ist Mehl. Du hast es erraten. Viel Spaß. Wieso habe ich denn das genießen? Mia, du siehst einfach toll aus. Jennifer, du bist dran. Okay, ich nehme diesmal den rosa Knopf. Aha, und du kriegst lecker Schmecker, knusprige Einhornringe. Wow, ich bin bereit. Okay, mach den Mund auf. Mann, ist das lecker. Viel mieses, Schätzchen. Ich habe eine Idee. Ich werde die Cornflakes einfach mit meinem Nutella-Eimer auffangen. Das ist viel einfacher, die so zu essen. Voll toll. Das könnte ich jeden Tag so machen. Okay. Okay, Jennifer, freut mich, dass du glücklich bist. Wenn ich jetzt noch etwas Milch haben könnte. Hä, was hast du denn vor? Aha, ich verstehe schon. Milch, natürlich. Ich meine, wir alle lieben die Kombo Cornflakes mit Milch. Oh, so ist gut. Ich lasse die Milch einfach in den Eimer fließen. Oh, voll lecker. Hey, Clown, hast du mich schon vergessen? Ich drück einfach auf den Knopf. Ich hoffe, ich kriege was Leckeres. Ich will ja nichts sagen, aber diesmal kriegst du Hundefutter. Aber es wird auf jeden Fall Spaß machen. Oh, das stinkt ja. Komm schon, das reicht jetzt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich will deine blöden Spiele nicht spielen. Tja, da lässt sich jetzt leider nichts machen. Wenn ich erstmal aus der Box raus bin, kannst du was erleben. Ich muss hier rauskommen. Also drück ich auf weitere Knöpfe. Du hast alles richtig verstanden. Und diesmal bekommst du rohe Eier. Das wird voll cool. Boah, das tut voll weh. Hey. Oh, Mann. Nein, das sind Ruhe Eier. Die fallen mir direkt ins Gesicht. Ach, komm schon, Jennifer. Kopf hoch. Und übrigens, du hast zwei Knöpfe gedrückt. Das war's noch nicht? Nein, jetzt kriegst du noch Federn. Oh nein, Federn. Ein ganzes Bündel. Okay, mein Glück hat mich eindeutig verlassen. Jetzt sehe ich aus wie ein Huhn. Was hast du nur mit mir angerichtet? Die Federn stehen dir voll gut, Jennifer. Na, komm schon, Mia. Drück auf den Knopf. Oh, das nenne ich ja mal eine Wahl. Du kriegst ganz schön scharfe Tabasko-Soße. Viel Spaß damit. Ach, du meine Güte. Ich werde einfach den Mund zuhalten. Ja, hoffentlich wird dir das helfen, Mia. Okay, endlich ist das vorbei. Ah, das ist ganz schön scharf. Erstaunlich. Das macht voll viel Spaß. Oh, Mann. Ich wurde angebrannt. Du hättest mich nicht mit Tabasko-Soße übergießen sollen. Alles ist in Ordnung. Die Feuerwehr ist schon am Start. Dieses Feuer werden wir löschen. Okay, vielen Dank. Jetzt geht's mir besser. Wasser. Na, siehst du. Ende gut, alles gut. Was ist los? Wo sind wir? Willkommen bei der Mystery Button Challenge. Was für eine Challenge? Warum sind wir in Käfigen? Und warum sind da Kameras? Beachtet uns jemand? Hey, Leute, holt uns hier raus. Warum schreit ihr so? Der ganze Spaß liegt doch nur vor uns. Jillian, drück den Knopf. Hab keine Angst. Es ist wahr, der Knopf ist überhaupt nicht für den Regen. Vor allem, weil du ein leckeres Getränk von Starbucks bekommst. Schau mal, wie lecker das ist. Noch mit Schlagsahne. Jillian, alles ist für dich. Genieße es. Vergiss nun nicht zu atmen. Und kümmere dich um dein schönes Haar. Und zur Dekoration eine Haube als Salta-Schlagsahne. Sie steht dir sehr gut. Und schmeckt auch gut. Probier mal. Hey, das ist meins. Wow. Sehr lecker. So zart. Interessant. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Was haben wir denn hier? Aha, Katzenfutter. Wir alle mögen Katzen. Wirklich. Dieses Fäckchen ist nur für dich, Nancy. Ja, es stinkt ein bisschen. Aber vielleicht schmeckt es noch besser. Lass es tun für Schrägen geben. Oh, ich glaube Nancy hat das nicht gefallen. Vielleicht wird sie beim nächsten Mal mehr Glück haben. So, jetzt Jillian wieder dran. Interessant. Was bekommen sie diesmal? Okay. Hm. Ich drücke diesen Knopf. Mal sehen. Oh, ja. Es ist Coca-Cola. Alle mögen sie. Und es gibt eine Menge davon. Eine ganze Pyramide. Oh, Jillian. Pass auf. Die Cola kommt auf dich zu wie ein Eishagel. Ich hoffe, du bekommst keine Beule. Nein. Du kannst aber kühle Cola genießen. Ich habe Katzenfutter und Sikola. Das ist unfair. Okay, Nancy. Was hast du diesmal? Wow. Das ist ein Eisplaster. Damit kann man Sachen einfrieren. Probieren aus. Er ist geladen und bereit für einen Eisangriff. Aber sei vorsichtig. Wow. Gefrorene Cola schmeckt noch besser. Echte Eiscreme. Jillian, lass mich probieren. Ich habe die Cola eingefroren. Nein? Dann kriegst du eine. Mein Superstrahl wird sich in eine Eisstaffel verwandeln. Ja. Jetzt kann man die Winterparks mit dir dekorieren. Und wenn Jillian eine Eisstaffel bleibt, schauen wir mal, was dir als nächstes erwartet. Mh, Nesquikakao. Es riecht so gut. Und ist heiß. Genau richtig, um unsere Schneekönigin Jillian zu schmelzen. Schaut mal, es hat geklappt. Eine schöne Schokoladendusche. Was könnte besser sein? Oh, ich fühle mich besser. Danke. Gern geschehen. Manu. Nancy, dein Blaster ist bereits entladen. Du kannst niemanden mehr einträgen. Jillian, drück den Knopf. Es ist so interessant hier. Jedes Mal gibt es eine neue Überraschung. Was kommt denn jetzt? Wow, das ist eine Hightech-Brille. Sie ist eine geheime Entwicklung von Spezialdiensten. Nur echte Spiehöhne haben solche. Lehnen wir sie uns für eine Weile aus. Alles für unsere Challenge. Jillian, fang sie. Aber sei vorsichtig. Es ist eine wertvolle Sache. Wow, es ist, als wäre ich in einem Computer spiel. Wow, was ist das? Hinweise? Ich werde den Smile-Button drücken. Ich glaube, so komme ich an die Goodies, die längst entfällig sind. Nun, du hast recht, Jillian. Der riesige Eimer mit süßem Karamell-Popcorn gehört dir. Das ist noch lustig. Ich wünschte, ich könnte es jetzt mit ins Kino nehmen, um einen neuen Action-Film zu sehen. Aber auch ohne Film hat man was zu tun. Mit einer ganzen Länge Popcorn. Das ist keine leichte Aufgabe, aber du schaffst es. Wow. Das schmeckt aber so gut. Ich will noch einen Knopf drücken. Und diesen. Mal sehen, was du bekommst. Wow, eine große Tüte mit bunten Skittles. Ich weiß, dass du sie sehr magst. Warum bekommen wir immer den üblichen Wasserregen statt leckeren Süßigkeitenregen? Das ist so cool. Ich stimme zu. So. Und was für ein Knopf ist das? Wir warten schon. Wow. Es ist ein riesiges Päckchen mit zarten Marshmallows. Die schmecken so gut. Jillian, du hast so viel Glück. Du schmimmst gerade zu in Süßigkeiten. Wir alle würden jetzt gerne an deiner Stelle sein. Viel Spaß. Oh ja. Die sind so zart und lecker. Ich kann sie ewig essen. Entschuldigung. Könntest du mir bitte sagen, welchen Knopf soll ich drücken, um Leckerei zu bekommen? Ja, den grünen. Dankeschön. Interessant, was ich bekomme. Ich sag dir Nuss und gern nenne sie aber durchaus einen schlechten gesalzenen Fisch. Hier geht's. Was für ein Geruch. Nun, vielleicht magst du ihn, ja. Ich meine, so viele Leute, so viele Geschmäcker. Einige von uns mögen etwas Salziges. Ja, du scheinst es nicht zu mögen, oder? Aber was soll man machen? Das sind die Regeln unserer Challenge. Man kann alles bekommen. Jillian, das war unfair. Gib mir deine Brille. Interessant, was ich damit sehen kann. Wow, hier gibt es überall Hinweise. Ich werde den Exit-Knopf drücken. Und ich werde frei sein. Was ist los? Hilfe! Mein Käfig wird mich auffressen. No, 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 please. Oh, alles ist schon in Ordnung. Du bist so lustig. Jillian, jetzt bist du dran. Soh dir einen Knopf aus, aber keine Hinweise mehr. Hm, interessant, was haben wir denn? Unser Lieblings-Nutella. So süß und lecker. Das könnte besser sein, als ein Wasserfall aus Schokolade und Haselnüssen. Die dicke, zarte Pasta harmoniert perfekt mit zarten Marshmallows. Oh mein Gott! Jillian, du hast alle beste Süßigkeiten. Nancy hatte wieder Glück. Nancy, was bekommst du denn? Oh, Jelly Belly süße Bohnen. Wie aufregend. Aber die Sache hat einen Hacken. Diese Bonbons gibt es in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Man weiß es nicht, bis man sie probiert hat. Also, Nancy, was hast du diesmal? Sie sind so interessant. Ich probiere mal diesen. Nancy, wie schmeckt das? Wow, es ist ein unsichtbares Zauberbonbon. Nancy, wo bist du? Hey, ist sie weggelaufen und hat mir nichts gesagt? Echte Freunde machen sowas nicht. Nancy, wo hast du dich versteckt? Niemand sieht mich. Das kann ich benutzen. Meine Nase! Nancy, warte mal. Ich fange dich gleich. Ich fange dich. Wo bist du? Hey, komm schon raus. Oh, was ist das? Das ist das Schlüssel vom Tefig. Hurra. Ich bin frei. Und jetzt, Jillian. What? Komm raus. Komm schon. Lass uns weglaufen. Tschüss. Das ist der Clown. Wow, wo sind wir hier? Oh nein, jetzt sind wir hier eingesperrt. Obwohl? Hör auf zu schreien. Das ist doch voll interessant hier. Marie, was machst du da? Na, ich versuche diese Saves zu öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Schau mal, da ist noch was anderes. In diesem Kasten müssen wohl die Schlüssel sein. Nein, ich will da nicht reingreifen. Ene Mene Mist ist krabbelt in der Kiste. Och, Menno, ich muss es wohl tun. Okay, wünsch mir einfach viel Glück. Was ist das denn? Muss doch wohl nur Wasser sein. Mach dir keine Sorgen. Okay. Das ist ja gar kein Schlüssel. Das ist ein Fisch. Schau mal, wie hübsch der ist. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser legen. Aha, da ist der Schlüssel. Das ist er. Marie, jetzt komm mit. Das ist der rote Schlüssel. Der gehört zum roten Schloss. Mal sehen. Was? Das ist ja ein Dynamit. Ein Dynamit? Oh mein Gott, was soll ich jetzt so tun? Ich muss mir das einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich so eine Zange mit hatte. Genau das, was ich brauche. Willst du sie nehmen? Nein, du bist mutiger. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, das wird nicht explodieren. Ich nehme einfach das gelbe Kabel. Es hat geklappt. Nein, es hat gar nicht geklappt. Mann, das stinkt ja. Aber dafür brauche ich jetzt deine Bürste. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Nein, die gehört jetzt mir. Weißt du was? Du kannst den nächsten Schlüssel rausfischen. Okay, ich bin stark. Ich kann das schaffen. Frag mich, was das ist. Aha, das ist ein Gummibärchen. Na, zumindest was Leckeres. Aber ich muss sofort den Schlüssel rausholen. Na wunderbar, dann habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Mia, öffne den Safe. Das kannst du selber tun. Okay, das lila Schloss. Oh, das ist ja was richtig Kleines. Wow. Jetzt habe ich Glitzer im Gesicht. Super, daraus kannst du dir ein cooles Make-up machen. Wir haben jetzt keine Zeit für Make-up. Such den nächsten Schlüssel. Okay. Ich hoffe, dass das nichts Unheimliches ist. Hm, ist das ein Dinosaurier? Nein. Oder ein Krokodil? Nein, die werden viel zu groß. Was ist das tatsächlich? Oh wow, das ist ja ein echtes Chamäleon. Ich habe noch nie ein echtes Chamäleon gesehen. Du bist ja niedlich. Ich lasse dich in Ruhe. Ich brauche nur den Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den grünen Safe zu öffnen. Du sagst es. Ja, Loppy. Ich frage mich, was das ist. Wie verwendet man denn so eine Geldkanone? Oh wow, da ist ja eine Menge Geld drin. Alles nur für mich? Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt. Super. Marie, gib mir das Geld. Und du kannst den nächsten Schlüssel suchen gehen. Hm, wenn ich nur einen kleinen Blick drauf werfe? Nein, das darfst du nicht. Okay, okay. Ich werde ihn ehrlich rausholen. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Ist das kinetischer Sand? Ah, da ist der Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den blauen Safe zu öffnen. Hm, seltsam. Ich frage mich, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh wow, es hat geregnet. Versuch es noch einmal. Oh, wie cool. Ich liebe diese Obis. Wunderbar. Oh, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Den werde ich rausholen. Hä, was ist das denn? Das ist ja was richtig ekliges. Okay, ich muss einfach nur den Schlüssel rausholen. Einfach nur den Schlüssel rausholen. Ach du meine Güte. Nimm diesen Wurm raus. Oh, endlich. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Was ist denn da drin? Ach du meine Güte. So viel Schaum. Haha, voll die coole Schaumparty. Ja, jetzt kann ich noch das hier machen. Mach voll viel Spaß. Du bist an der Reihe. Nach den Würmern habe ich besonders Angst. Das ist was Glitschiges und was Elastisches. Du musst aber trotzdem den Schlüssel rausziehen. Komm schon. Okay. Was ist das denn? Ah, das ist ja ein Auge. Das ist ein Glotzer. Mh, der schmeckt richtig lecker. Hey, was machst du da? Das ist doch nur ein Bonbon. Los, such nach dem Schlüssel. Da ist er. Super. Es wird Zeit, den hellblauen Safe zu öffnen. Mia, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auf den Knopf zu drücken. Erledigt. Oh nein. Das ist ja richtig widerlich. Ha, gut, dass ich den Knopf gedrückt habe. Zumindest bin ich nicht begleckert. Und wie auch immer, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Äh, was ist das? Igitt, das sind ja Haare. Hey, wieso wirfst du die in meine Richtung? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aha, da ist der Schlüssel. Es wird Zeit, den schwarzen Safe zu öffnen. Ja, jetzt mach doch endlich. Wow, es stellt sich heraus, dass im schwarzen Tresor Leckereien drin sind. Und zwar Oreo-Kekse. Willst du einen Keks? Oh, vielen Dank. Lecker, schmecker. Oh, unglaublich gut. Hey, du hättest mir auch noch einen Keks geben können, oder? Tut mir leid, ich war zu hungrig. Such nach dem nächsten Schlüssel. Ah, ich frag mich, was da drin ist. Oh, was Schleimiges. Das sind ja rohe Eier. Aber ich hab den Schlüssel gefunden. Mal sehen, was im gelben Safe drin ist. Mia, willst du ihn öffnen? Moment mal. Okay, öffne ihn. Oder doch nicht. Mach mal Platz hier. Ich werd nämlich den Safe öffnen. Das sind ja Federn. Ach du meine Güte, das sieht ja lustig aus. Ich hab seit langem nichts mehr gesehen, was so lustig ist. Ja, ja, ja. Hol du nur den letzten Schlüssel. Ja, mein Hähnchen, ich geh ja schon. Okay. Die letzte Runde. Was ist das? Oh, das hat ihr Maden. Ich muss so schnell wie möglich den Schlüssel rausholen. Ich wär fast ohnmächtig vor Angst geworden. Ich hoffe, in diesem Safe ist was Cooles drin. Du Arme. Mal sehen. Ja, das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wir haben die Challenge gemeistert. Wir haben's geschafft. Ja, nichts wie raus hier. Hm, wie viele Kaugummiaugen. Du hast viele davon und ich habe nur ein Kaugummiauge. Und das ist überhaupt nicht lustig. Ich hab gesagt, nicht lustig. Nimm das. Es ist zwar nur ein Auge, aber es ist trotzdem sehr köstlich. Ich glaube, Mila war verärgert. Ich denke, sie wird sich über meinen Streich amüsieren. Ich hoffe, sie findet ihn nicht zu grausam. Aber ich finde ihn unglaublich lustig. Mila, schau mal, was ich getan habe. Es tut so weh. Das Auge, es ist weg. Was? Wie schrecklich. Nimm es weg von mir. Was macht ihr da? Ich kann so erschrecken. Mila, du hast Julie leiden lassen. Sie kann nicht atmen. Das ist so köstlich. Aber woher kommt das Auge? Das ist ekelhaft. Nach einem Veröffentlich-Streich ist ein leckeres Kaugummi genau das, was ich brauche. Ich stimme zu. Ich möchte meine Leckereien auch verschlingen. Schaut, wie kurz meine Augen sind. Alex, worauf wartest du noch? Ich esse deine Augen selbst dann. Was nun? Ich kann mit meinen eigenen Stapel an Leckereien umgehen. Teilst du mit mir? Mit mir denn auch? Wir sind doch Freunde. Mädchen, versuch es gar nicht erst. Ich gebe sowieso niemandem von euch etwas. Was ist hier los? Ich kann es so gut sehen. Der glückzäugige Alex. Warum haben alle so viele Leckereien und ich habe nur einen Klickschokoriegel? Ich hoffe, er schmeckt wenigstens richtig gut. Ich bin kein Mülleimer, den man auf mich Müll werfen darf. Worüber gemmerst du? Jeder hält mich wie ein kleines Mädchen. Ich habe eine Idee. Ich brauche eine Säge. Ich hoffe, Alex weint nicht wieder. Nimm das Klick. Aber verletze uns nicht mit deiner Säge. Ich brauche es nicht. Diese Säge ist nur für den Schokoriegel. Fertig. Das schmeckt super. Das ist der leckerste Twix in meinem Leben. Jetzt bin ich dran mit Schokolade. Aber zuerst muss ich die Verpackungen loswerden. Jetzt kann ich essen. Es schmeckt gut, sehr gut. Aber es fehlt etwas. Weißt du, was der Fett zur Schokolade passt? Milch. Aua. Warum fliegt mir alles um die Ohren? Das ist unglaublich lecker. Schokoladen-Mix-Quix. Ein wahres Schokoladen-Paradies. Rafe. Ich will nicht, dass mir die Schokolade ausgeht. Was schaut ihr euch an? Alex, du kannst auch schon anfangen zu essen. Mir ist gerade eine tolle Idee eingefallen. Einfach nur Schokolade sind köstlich, aber landweilig. Es ist cooler, einen riesigen Turm aus dem zu bauen. Nutella wäre ein tolles Bindeelement. Wow, Alex, wir wussten nicht, dass du so einen schönen Turm bauen kannst. Natürlich kann ich. Ich kann mehr als das. Ich hoffe, dass dieser Turm eine Art Rekord aufstellt. Ich möchte wirklich, dass alle darüber wissen. Aber es ist so lecker. Wir sollen sie einfach essen. Was macht ihr da? Warum waffelt der Turm? Ihr macht ihn so kaputt. Ah! Alex, tut uns leid. Die Schokolade sind einfach sehr köstlich. Alles ist okay. Der Hen hat mich gerettet. Wow, hier ist ein ganzer Berg von Chips. Und alles ist meins. Ja, nun, du hast eine Menge Chips, aber ich habe einen sehr kleinen Chipchen. Ich kann es nicht einmal richtig sehen. Das kann man nur mit einer Lupe machen. Nice. Die Probe sieht sehr appetitlich aus. Ich glaube, ich habe ein sehr schmackhaftes Exemplar bekommen. Wir müssen das empirisch testen. Es war köstlich. Und auch sehr, sehr wenig. Alex, du bist dran. Endlich. Ich war gerade dabei, sehr hundel zu werden. Wer verschlägt Chips so? So kann niemand sie einmal öffnen. Ohne ein wenig zusätzliche Hilfe kann man das nicht schaffen. Jetzt ist es in Ordnung. Ich zeige euch eine Meisterklasse und ihr lernt, wie man Chips isst. Hopp. Fertig. Sehr lecker. Ja, die Chips sind atemberaubend. Jetzt bin ich endlich an der Reihe, diese Leckerei zu essen. Hey, Vorsicht. Das tut weh. Entschuldigung, ich kann nicht aufhören. Die Chips schmecken zu gut. Kannst du aufhören? Ich habe schon genug Kopfschmerzen. Und mich rettet mein Held. Ich kann die Schläge kaum spüren. Aber ich weiß, wie wir ihr eine Lektion erteilen können. Alles, was wir tun müssen, um dieses Chipsschloss mit einer Maschine zu entschärfen. Es ist köstlich, aber wirklich schwer. Oh nein, nicht Brokkoli. Was für ein seltsames Samenbaum habe ich bekommen. Es schmeckt einfach eklig. Aber ich glaube, ich weiß, was ich damit machen kann. Wenn ich einen Samen pflanze und mich um ihn kümmere, wird etwas Leckeres daraus. Du pflanzt und wir leiden deswegen. Hör auf zu jammern. Ich bin fast fertig. Wie lange muss ich warten, bis sie wechseln? Und worauf wartet ihr noch? Ihr habt sicher Zeit, sich mit eurem Brokkoli zu beschäftigen. Allein von ihrem Anblick wird mir schlecht. Hier geht's. Wie eine Katze in meinem Mund war. Es stinkt. Ich brauche etwas zu trinken. Bleib stehen. Ich brauche etwas Wasser, um den Samen zu gießen. Leute, hier passiert etwas. Es zickert. Ich hoffe, es ist nicht gefährlich. Juli hat ihren eigenen Brokkoli angebaut. Ja, das ist eine ganz schöne Ernte. Jetzt musst du ihn essen. Ich habe mir selbst das gemacht. Wie war es? Schmeckt es gut? Nein, das ist eklig. Gross. Ich höre auf zu lachen. Mila, jetzt bist du dran. Ich will nicht einen ganzen Haufen Brokkoli essen. Vielleicht kann ich erst loswerden. Schau, das ist Mickey Mouse. Wo? Wie naif es sei. Jetzt soll ich den ganzen Brokkoli loswerden. Stopp. Du denkst, du bist die Klugste? Nein, bist du nicht. Ich werde alle Brokkoli-Stücke für dich fangen. Ich habe alles gegessen. Und das, was du losgeworfen hast. Ich habe gedacht, wir waren Freunde. Freunde betrügen sich nie gegenseitig. Also, guten Appetit.